Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Firewood Normaltyp Run Mono-Typ Mono-Normal-Dings. Letztes Mal haben wir unser erstes Pokemon, es haben nämlich Pongolove und jetzt gehen wir in den Mondberg und versuchen uns so gut wie möglich durchzuschlagen, was wir letztes Mal nicht so glücklich gekriegt haben, weil Pongolove einfach noch ein bisschen schwach ist, aber das geht nicht mehr. So, holen wir uns als erstes Mal das Zubank hier tot und ein paar Erfahrungspunkte, Paareheiler, so, ähm, ja, das hat ich glaube ich auch schon letztes Mal gehabt, diese Treppe wollte ich noch nicht runter, weil ich hier unten glaube ich noch welche Gegner vergessen habe. So, wo ich einmal den hier, den ich jetzt halt zum Beispiel auch schon nicht besiegen konnte. So, wir dann, als nächstes tausche ich mit Shiggy, dann Glover, und Glover, und Glover. So, ganz einfach aus dem Grund, weil man das sonst ganz langsam besiegt, weil Magda Thilo Stahl ist. So, das ist ja auch schon so, wie man das sonst noch macht, oder? So, ich glaube ich habe, das ist schon mal ein bisschen nach dem Spiel, aber ich habe ja noch mal ein paar Tage zu machen. So, ich habe ja auch noch mal ein paar Tage, aber es gibt mal viele Tage oder so, ich habe ja auch so, ich habe ja auch noch ein paar Tage zu machen, weil ich habe ja auch noch ein paar Tage später gelegt, weil ich habe ja auch noch ein paar Tage. gut ich versuche jetzt so schnell wie möglich durchzukommen ein Fluchtzeichen warum warum bringe ich die eigentlich ich brauch doch die Erfahrung hallo ja ja wer geht schon freiwillig in den Mondberg und warum bin ich schon durchflüchten das hat schon so eine Angewohnheit mit den anderen Spielen was ist mit der denn los wow hier drin ja wenn man nur ein Kreis sagt dumm Fluchtwert ich will eh nicht abhauen so und Knofender Knofender und ich hab mir überlegt dass ich doch nicht Porenta nehme weil das wäre eigentlich das zweite Pokémon das ich mehr holen wollte ähm ich werde wohl übel Dodo nehmen weil weil es als Dothric besser Attacken drauf hat als Porenta leider weil Porenta ist wirklich ein sehr sehr schönes Pokémon so und noch eins so äh ich möchte erstmal hier so so hier gibt es viele doch ich krieg mich irgendwie auf hier gibt so viele ähm Bege Gastron zum Volltreffer so Tegel geht daneben Grund nicht danke so und noch ein Zubat oh so ey das geht immer noch danke tschüss und Gastron das besiegt so Paras Paras ist dum aber Paras könnte ich mir eigentlich für die ganzen scheiß äh unnützen VMS so Team Rocket jetzt wissen wir wer hier so ein bisschen am Berg ist aber klar nein das ich lass mich töten ich lass mich töten ich lass mich sowas von töten Tötet der mich mal? Also echt? Hallo ich möchte liebend gerne Kumlu die Epi gehen ne Panzerschutz ist super nichts ok dann mach ich halt so lange weiter bis es nicht mehr geht ja endlich mal macht er was anderes was zwar auch nicht viel bringt danke danke und und danke ja und das muss manchmal sein zwar verliere ich da ein bisschen Geld aber nein ach ficken so das Geld ist doch ganz schön wieder drin eigentlich so was ist denn hier drin hier hier geht's glaub ich aber auch direkt weiter wenn ich mich nicht öffne ich weiß es nicht ja war ja klar doch gegen Gift hab ich nicht nein gegen Gift danke ja hier geht's gleich weiter oh Sannan ist so toll aber Sannan kann ich hier nicht benutzen weil es ist ein so ein Pokémon und es passt meinem Team nicht so wirklich rein schade eigentlich und Ratzfatz Ratzfatz ja hatten wir am Anfang in Folge 0 ähm kein gutes Pokémon finde ich ähm auch so shit ok Shiggy ich muss ich brauche ich es ist doof hier gibt's keine Tränke so hier gibt's ein Sternstück ähm ich werde jetzt einfach den Sonnenbonbon auf rum und rum machen weil sonst nichts bringt so also können wir sagen der Willkommen ist unnütz toll da da kann ich mich gleich noch mal eigentlich gleich noch mal runter und heile mich noch mal oh oh Pumeloop du bist so schlecht obwohl ich Pumeloop immer noch besser finde als Pipi ähm Pipi äh Pipi 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 kann nichts Pumeloop kann zum Schluss wenigstens ein Skalzer und sowas und das bringt schon eine Menge gegen verschiedene Pokémon ja da greife ich voran so so ich kann mir das auch nehmen tm 46 und dann leben oder versuchen zu besiegen so Blutsauger und Retta mhm Retta ist auch cool Retta finde ich schön weiter leider hier auch nicht zu gebrauchen mhm vielleicht werde ich auch noch ähm ach ich bin so dumm mhm was spiel ich jetzt ich spielfeuer so dann werde ich vielleicht noch ein Blattgrün normal run ich weiß auch nicht kann ja alles sein geht ja alles sein so hier ist ein Hallo was war das für ein Typ wortest du mal Hilfeüberfall ähm tut nein 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 das dauert doch immer ewig ok ja mit einem Ekeler geht das noch schneller ok ein ups äh ein Glück habe ich Schien so und noch einen kleinen Stein das tut mir leid aber ich musste so ich so so wie äh nein Schi Schi nein so Mondstall jetzt können wir eigentlich Pummeluf schon entwickeln aber ich ich sag mal ich warte noch bis Level 30 Level 30 und dann dann Wort Pummeluf zu Knulluf bzw ich guck dann mal wenn ich die Aufnahme dann beendet habe wann äh wann sich es lohnt also welche Attacken Pummeluf noch bekommt Und wann es sich lohnt, zu Knallluft zu verwechseln. Ich gehe erwachsen, entschuldigt, auf den Weg. Ich gehe nur euch auf die Nerven. Umdruck, Umdruck, Gesang. Und, 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 ach, satt. Hass-Attacke Nummer 1. So, ich bin sauber. Tourz. Äh, ne, Paras nicht, weil Paras, da könnte ich dann wieder vergiftet werden. So wie ich mich kenne, wird das ja wahrscheinlich sein. Strats. Und, äh, was ist denn? So, geschafft. Und den. Die Rocket Ripple. Äh, ne, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Na gut, ich hab noch einen, ähm, Verleber. Hab ich gerade eben das gekriegt. Blubau. So. Und zu Wort. Wehe, du tötest dich jetzt, wehe, du tötest dich jetzt. Äh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, Leute, ähm, ich werde hier schneiden, weil es zu nennen ist. Und es nichts bringt. Bis gleich. So, und, äh, ja. Walzer lernen wir jetzt. Ähm. Für Aussätze. Ja. Und ich bin gleich wieder da. So. Nun sind wir bei dem... ...Rocket Rüppel. Ähm. Bei dem wir vorhin gestorben sind. Äh, bei dem... ...gegen den wir vorhin verloren haben. Und wir haben Walzer. Boah. So. So. Jetzt Zubat. Bäh. Ach, die Attack ist so genial. Ach, nein. Nein. Der Scientist. Nein. Ja. So. Was war jetzt so? War... Das war so klar. Ähm. Dann Chili. Beuten. Leber. Fummel. So. Slimeer werde ich mit ihm noch besiegen. Und... Stirb Slimeer. Yes. So. Voltobahn hat nichts. Ja, da tausche ich. Da tausche ich ganz sicher. Ja. Komm auf weiter. So. Und Smoggon. Shit. So. Ja, noch ein... Geil. Ich weiß nicht, ob wir jetzt halt heil durchkommen. Und wir sind tot. So gut wie. Ja. Okay, bis gleich. So. Und da sind wir wieder bei dem Typen. Äh. Er nervt. Er ist so dämlich. Er ist so dämlich. So. Smoggon. Walzer. So geht das nämlich. Und... Walzer. So. So. Haben wir... Haben wir es dir mal gezeigt. Helix fossil oder... Du. Ist egal. Ich werde eh keines von den beiden benutzen, weil... Äh. Da. Ja. Ach, wir haben... Ja. Jetzt haben wir es natürlich geschlecht. Das ist so dumm. Und Bergazudo ist jetzt hier. Wieso? Hier können wir einmal... stark von Rohrgewalt mit Zerstörung schon. Ja. Mega Heap. Okay. Mega Heap. Ähm. Ich muss gucken. Mega Heap macht 80 und genau ich kann 85. Ach fuck. 80 und 85. Mega Heap. 80, 120 und 75. Ähm. Ich werde... Ich werde Mega-Formel-Luft geben. Ganz einfach aus dem Grund... Weil... Was soll ich da für 50? Ich habe immer noch Walzer zum Schuss noch nicht. Bisschen noch irgendwas. Hier ist noch ein Item. Das war jetzt irgendwas. Ich habe es nicht gewesen. So. Ratzfatz. Mega Heap oben tot. So. Das. Warum sieht der so hässlich aus? Wenn das Lammus nicht im Weg wäre, könnte ich den kleinen Baum fällen. Blablablabla. So. Mein Mann tauscht für sein Leben ja eine Pokémon. Quapuzzi. Willst du den Quapuzzi nicht gegen einen Hosanna tauschen? Äh. Bringt mir beides nicht viel. Ich muss jetzt immer auf meinen Dins achten. So. Jetzt sind wir in Azurias City. Ich werde jetzt hier eigentlich gerne eine Pause machen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich... Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt gleich...